ich muss mal schauen welchen schnitt mache wenn ich überhaupt dann mache weil jetzt gerade wer der part perfekt so du misst geburt ich werde dir so deine visage polieren ist deine visage wird nicht mal eine visage sein die man polieren kann was das ist wie hallo peitschen keine ahnung was du überhaupt bist aber ich werde dich vernichten oh mann schade äffel ist tot jetzt kann ich nicht mit dir zusammenarbeiten oder doch wahrscheinlich werde ich es können also ich kenne das spiel nicht es ist blind ist jetzt nur meine vermutung wer weiß was jetzt gleich passieren wird irgendwo holy shit irgendwann warum gehst du auf mich du hund aber wahrscheinlich kann man äffel und kuromari oder wie der jetzt heißt ja bei mir ist da der mann mit den tausend namen wahrscheinlich kann man die irgendwie wiederbeleben oder vielleicht wenn ich dieses wieder besiegt habe werden sie wiederbelebt keine ahnung alles nur vermutung bitte spoilern vielleicht erfahre ich es ja sowieso gleich aber ansonsten sollte es wird keinen sinn ergeben wenn man nicht mit ihnen nicht mit ihnen ja waffen einsetzen könnte oder rüstung oder ihr wisst schon bescheid auf jeden fall mache ich dich jetzt so alle wundlaufbahn war das vom möbius oder ey ich bin fast tot holy shit wie euch auch nee jetzt reicht's bevor du uns so killst du misstvieh jetzt gibt's auf die schnauze jetzt war so richtig jetzt pfeffere ich dir eine bämm wie das schaden macht hier bämm voll verfehlt aber das jetzt bämm voll verfehlt oder sind die 10.000 für mich bämm ja ich glaube aber media will ist einfach nur asynchron das ist scheiße hey und nein er wird ab er wird ab verdammt ja und wir sind beide geschwächt das ist beschissen komm komm angriffskette oh wir sind wieder fit perfekt jetzt kann ich warten bis meine angriffskette voll ist ich sage schon bis bis er richtig geschwächt ist der hund und dann werde ich ihn sowas von vernichten ich weiß gar nicht ob der typ als maschine zählt wahrscheinlich nicht hä wo ist er oder du kannst uns nicht killen ich bin overlevelt du hund wobei ich darf dich nicht als hund bezeichnen hunde sind cool du bist ein hund in negativen sinne egal aufs knie geschossen nein ok bevor seiner stirbt ich hätte nur nehmen sollen aber egal schau drauf so extra für sena jetzt ähm schauen wir mal wer hat wieviel punkte ich glaube das ist ziemlich doof was ich jetzt gemacht habe ja das ist zu wenig richtig wenig ich bin schlecht ja das wird beschissen das sehe ich jetzt schon leider tilgt wut ja boah wie geil was für cooler move ja ich krieg leider nur eine figur zurück komm jetzt lands bitte bitte sonst war alles umsonst ich könnte auch dich aber aber das ist schlecht ja das wird eine beschissene runde sehe ich jetzt schon ja das wird eine schlechte runde schade jetzt habe ich nur mehr eine figur also jetzt muss die synchronisation kommen sonst habe ich echt schlechte karten ich meine gut zur not würde ich jetzt zwei figuren dazu bekommen da könnte ich eventuell auf 100 kommen komm synchro ja synchro hier 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 ja ja bam ich werde jetzt so aufs gesicht zimmern 53 ist schon mal gut da würde ich über 100 kommen ich meine ja rein theoretisch ich meine das ist zwar blöd weil die synchro jetzt beendet wird und das Vieh lebt noch aber egal besser als gar nichts meine zweite angriffskette kriege ich nie im leben auf die beine booms booms vielleicht habe ich glück und es geht sich noch aus aber ne nie im leben ja komm bitte noch ne scheiße egal aber wenigstens hat er jetzt keinerlei chancen mehr komm als abschluss so cat doch viele 7 10 die die Wie kann das sein? Unsere Arme und Demen! Sie waren perfekt! Wie können sie... Wie können sie... Wie sind sie so stark? Das ist genug noise! Shut up mit deinem Infernal-DV! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Siehst du gut? Ja, gut, irgendwie. Na gut, deine Augen sind roh. Hey, shut up! So, was es, wenn sie sind? Aber ich weiß, was ich muss machen. Alles ist so... klar, jetzt. Ja, genau hier. Wir müssen uns schnell schnell machen. Nach allem, die Gefahr ist nicht weg. Ja, das ist wahr. Hm? Du hast mich überrascht. Du hast auch. Ich glaube, du hast nicht so gedacht, dass du so eine Chance hast. Manchmal sind wir keine andere Wahl. Ja, ich denke, du bist richtig. Absolut richtig. Was machen wir über Ethel? Wenn die Dinge getrennt werden, können wir die Kolonien 4 wissen. Das ist was sie will, ich bin sicher. Ja, du bist richtig. Sie wird sehr glücklich sein. Hier ist ein guter Platz für unsere Brüste. Ja, das ist mir gerade egal. Ich glaube, sie ist synchron geblieben. Ja. Ich glaube, auf dich kann ich verzichten. Im negativen Sinne. Also, ich glaube, dich kriege ich nicht mehr. Schade. Ah. Hm. Wo war das jetzt nochmal? Nein. 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 Aber es sieht auch cool aus. Da. Hm. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt noch kriege. Zumindest so bald. Lilly Hart. Der einen coolen Namen. Lucy Doodle. Ja. Ähm. Ich bin jetzt sowieso nicht mehr in der Lage, hier noch einen anständigen Kommentar von mich zu geben. Ja. Tyron fehlt noch ein Rang. Äh. Deswegen. Äh. Ich werde jetzt hier ein Part beenden. Der Part geht 50 Minuten. Aber ich werde ihn zerteilen. Dann ist ein Part länger und der andere ein bisschen kürzer. Aber. Naja. Macht ja nix. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.